Ja, Steli, warst du schon ein bisschen vorne, ne? Eieiei, uuuh, ja. Und krümmelt draußen rum. Ja, oder auch nicht. Ich putze gerne jeden Tag und beziehe die Betten und Staubsaugen, ne, ja, ne. Muss ich bei euch scheißern, wir sind sowieso fast jeden Tag, ne. Ja. Ja, ihr habt da schon lange nicht mehr gehabt, ne. Ja, so, na. Dann habt ihr jetzt aber auch genug Schnuggeldi-Buggeli gehabt, ne. Hm. Du magst das nicht. Und freust du dich lieber in der Lage, äh, langsam stottern, ne, über ein bisschen Kokosöl, ne. Komischerweise, das mag er dann wieder, ne. Hat die Birgit, ach Birgit, sag ich, ne. Petra, die ein schönes Paket mitgeschickt, ein schönes Glas voll, ne, ja, ne. Hm, ja, und die Birgit hatte dir auch geschickt und die Mädels mit dem Sammelpaket auch, ne, also ganz viel, ne. Lecker Kokosfettchen, ne. Hm. Hm, ne, mein Süßer. Guckt mal, noch mehr Leckerlis für die Bunny hier, ne, boah. So viele Leckerlis, ne. So viele Leckerlis, aber habt ihr zu Weihnachten erst so viel gekriegt, ne. Ja. Ne. Und die sind so schnell weg, Stella, kannst du gar nicht verstehen, wo die auf einmal hin sind, ne. Wer klaut die euch immer, ne. Wo sind die auf einmal? Ja, schwupp, weg, ne. Ne. Ja, das ist besser als Spielzeug fressen. Ne. Das ist besser als Spielzeug fressen, ja, ne. Ne. Ja. Hehehe. Hm. Hm. Yummy, ne. Ja. Feine Schnauzi. Feine Schnauzi. Ja, feine Schnauzi. Fein. Ja. Ja, so schöne Augen, ne? Feine Rehäuglein, ne? Ja, ne? Ja. Habt ihr jetzt schon wieder Leckerlis abgestaubt noch und nöcher, ne? Du kriegst gleich auch was. Die Petra hat beim letzten Mal so viel Past für dich mitgeschickt. Kriegst du gleich, kriegst du gleich was von, ne? Und den Karton kriegst du natürlich. Guck mal, hier ist sogar noch was. Hä? Ja.